Infektionskrankheiten, Infekt, Epidemie, Pandemie oder hier geht's lang. Jetzt mal ein Audio über das berühmte Thema, das wichtige Thema, das uns als Menschen seit Menschheitsgedenken angeht, nämlich Infektionskrankheiten. Ich betone ja immer wieder hier, dass wir nicht alleine leben. Wir leben auf jeden Fall zusammen in Familienverbänden, in Partnerschaften, in Stämmen, in Rudeln, in Gesellschaften, also in der systemischen Bedingung oder Systembedingung im weitesten Sinne. Kein Wesen und damit kein Mensch lebt je alleine. Ein ganz wichtiger Punkt. Und oft haben wir das Gefühl, wir sind alleine oder wir sind isoliert. Wie viele zahlreiche Audios habe ich darüber schon gemacht, über dieses psychologische Phänomen oder dieses mentale, emotionale Phänomen. Du fühlst dich abgeschnitten und du fühlst dich alleine. Aber in Wirklichkeit bist du nicht alleine. Und womit wir auf keinen Fall alleine sind oder was noch vorhanden ist außer uns als Menschen und unserer Hauskatze oder unserem Haushund, unseren Kindern, Partnern und so weiter, sind die Mikroben, mit denen wir zusammenleben. Und von den Mikroben gibt es zahlreiche Arten. Vom großen Bacillus, von der Amöbe, von dem, was ich gerade noch so sehen kann oder eigentlich ganz gut sehen kann, wenn wir jetzt Madenwürmer nehmen oder solche Schmarotzer, oder wenn wir sie Schmarotzer nennen, bis hin zu den kleinsten Viren und noch kleineren Formationen als Viren, mit denen wir tagtäglich zusammenleben. Ob wir wollen oder nicht. Ob uns das bewusst ist, ob uns das bekannt ist oder nicht. Also ein riesengroßer Mikrokosmos. Ich will gar nicht reden von dem Makrokosmos, in dem wir ja auch leben und der genauso eine systemische Bedingung hat wie der Mikrokosmos. Es sei nur mal kurz erwähnt in der Hinsicht. Also eine Vielfalt von Bedingungen, unter denen wir als einzelne Menschen leben, müssen, können, dürfen, es möglich ist, damit klar zu kommen oder eben auch nicht klar zu kommen. Und hier das große Thema Infektionskrankheiten. Es ist ja noch nicht so lange her, dass die Menschheit entdeckt hat, dass es tatsächlich Mikroben gibt. Seit Erfindung des Mikroskopes, also einer optischen Physik oder einem Schwerpunkt in der Physik der Optik, kann man eben tatsächlich mit einem Mikroskop kleine Lebewesen sehen. Und vielleicht ist dir das schon mal selber gelungen, so einen Blick durch ein Mikroskop zu werfen und zu sagen, ach guck mal hier, das sind so die Hausmilben oder was auch immer du angeguckt hast, bis hin zu Spermien, die du beobachtet hast unter dem Mikroskop. Das ist ja etwas, was Kinder oder Jugendliche sehr fasziniert, wenn sie lernen, mit solchem Gerät umzugehen. Infektionskrankheiten sind ausgelöst durch sehr unterschiedliche Mikrobenarten. Und es gibt Mikrobenarten, die sind von vornherein gefährlicher als andere Mikrobenarten. Wiederum andere haben den Effekt, dass sie an sich problematisch sind, dass sie also Krankheiten auslösen, dass diese Krankheiten eine gewisse Dauer haben, dass unser Immunsystem reagiert und wir auf die Art immunisiert werden und dann die Krankheit eigentlich überwunden ist. Und wir eine Immunisierung für eine gewisse Zeit aufrechterhalten und da gibt es Maximalwerte, die gehen ein ganzes Leben lang und da gibt es eben andere Werte, die gehen nur ein paar Monate lang oder für einige Zeiten. Nochmal, die Tatsache, dass wir mit einem Mikrokosmos zusammenleben, ist für unser Überleben und für unsere Existenz etwas sehr Grundlegendes. Wir könnten nicht ohne Mikroorganismen existieren als Menschen. Es wäre nicht möglich. Kein einziger Mensch wäre lebend denkbar, wenn er nicht geradezu 100-grammweise, also kilogrammweise, wenn ich salopp formuliere, Mikroben in sich tragen würde. Egal ob auf der Haut, auf den Schleimhäuten, auf den Geschlechtsorganen, überhaupt auch in Schleimhautbereichen. Also immer dann, wenn wir mit Körperflüssigkeiten zu tun haben, sind Mikroben im Spiel und sowohl Bakterien als auch Viren oder andere Lebewesen, also auch Zwischenlebewesen, die da tatsächlich nachgewiesen werden können und die wir entdecken. Und das ist natürlich eine unheimlich interessante Welt, eine herausfordernde Welt. Es ist geradezu eine neue Wissenswelt, die entstanden ist von dem Zeitalter an, als man das zum ersten Mal entdeckt hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Nun ist Wissenschaft auch auf diesem Gebiet gerne so deklariert, dass sie sagt, es gibt eben gute Mikroben und es gibt schlimme Mikroben. Und die schlimmen Mikroben müssen wir bekämpfen, mit denen müssen wir umgehen, da müssen wir Medikamente machen oder Lebensbedingungen verändern oder eben das berühmte Impfen einsetzen. Das Impfen ist ja nichts weiter, egal welchen Impfstoff ich nutze, um das Immunsystem immun zu machen gegen einen problematischen Eindringling wie ein Mikroorganismus. Und über das Impfen will ich jetzt hier gar nicht sinnieren oder philosophieren oder Pro und Contra geben und all das, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass wir als Menschen natürlicherweise Infekten ausgesetzt sind und uns damit tatsächlich auseinandersetzen müssen, sehr individuell und insofern Erkältungskrankheiten bekommen, Krankheiten wie Verdauungskrankheiten, also Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Also eine ganze Reihe von Krankheiten, die uns anzeigen, dass da etwas im Gange ist, dass da also ein Infekt da ist, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und das Phänomen Menschsein geht daher oder dadurch mit dem Phänomen Krankheit Hand in Hand. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Krankheit gleich Leid ist. Natürlich ist Krankheit ein Leid. Vom Pathos her, sagt ja der Name schon. Aber es ist einfach Krankheit, die notwendig ist, um eine lebendige Existenz zu ermöglichen. So weit ist jedem der Begriff Infekt bedeutsam und deutlich. Aber ich möchte sagen, dass Infekt nicht immer negativ bedeutet, dass das etwas Schwieriges ist und dass wir uns vor einem Infekt bewahren sollten oder bewahren müssen, um jeden Preis bewahren müssen, dass wir gewissermaßen steril sind oder uns in sterile, saubere, sauberste Umgebungen begeben, also ständig die Hände waschen, desinfizieren und so weiter, um nicht mit den Mikroben in Berührung zu kommen. Es wäre vollkommen widersinnig, so etwas zu tun. Aber wie so oft liegt die Kunst oder die eigentliche Herausforderung in dem Ausgleich. Ein Zuviel an einem Mikroorganismus, egal ob Virus oder Bakterium, kann eben sehr gefährlich sein und sehr schädlich sein. Und wir kennen das Phänomen der Blutvergiftung und Blutvergiftung bedeutet, dass doch eine beträchtliche Anzahl von Organismen, also von Giftstoffen im weitesten Sinne, in den Körper eingedrungen sind und das so viel ist, dass der Körper überfordert ist mit seiner Immunabwehr, mit seinem Abwehrsystem und es dann schwierig wird und die Zahl der tödlichen Blutvergiftungen ist zum Beispiel in Deutschland sehr hoch und weltweit sowieso nochmal dann höher in der Form. Das heißt, die Kunst ist tatsächlich oder die Kunst des Lebendigen ist, ein Ausgleich, eine Balance zu finden. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ein bisschen von dem Stoff oder eine bestimmte Menge von dem Stoff und ich kann mich damit auseinandersetzen, ein zu viel von dem Stoff wäre dann eventuell schon zu viel. Und natürlich gibt es dann, ich sage das gerade, Spezies, die besonders gefährlich in Anführungszeichen sind oder problematisch sind, unter anderem eben die Coronaviren oder diese Art von Coronavirus, also dieses Covid-19 und die ganzen Unterformationen, die es gibt, also den Möglichkeiten des Antigen-Shifts und Antigen-Shift bedeutet ja so ein Virus oder auch ein Mikroorganismus oder sämtliche Mikroorganismen verändern sich stets und ständig, sie passen sich stets an, sie suchen sich immer wieder neue Umgebungen. Sie sind tatsächlich so biologisch so gebaut, dass sie oder so in ihrer Existenz, dass sie stets und ständig eine große Variation an Anpassungsmöglichkeiten haben. So, dass wir sagen können, vereinfacht sagen können, es ist immer wieder eine Herausforderung, sich diesen unterschiedlichen mikrobiotischen Bedingungen anzupassen und damit umzugehen. Es wäre natürlich eine Illusion zu glauben, wir könnten die Mikroorganismen einteilen in die guten und in die schlechten, weniger guten und so weiter und damit umgehen und können sagen, also die schlechten, die schlimmen, die gefährlichen rotten wir aus und die anderen lassen wir leben. Das würde nicht funktionieren. Es ist also eine große Balance oder ein großer Balanceakt, auch vereinfacht ausgedrückt, in dieser ganzen Mikroben, die vorhanden sind. Wenn wir jetzt den Begriff, soweit der Begriff Infekt, ganz einfach dargestellt. Wenn wir den Begriff Epidemie nehmen, dann wissen wir, es ist also von einer Art von Mikroorganismus etwas gestreut worden, sodass also eine große oder größere Population davon anheimgesucht ist und sich damit auseinandersetzen muss. Und natürlich haben Infektionskrankheiten die Eigenheit an sich oder die Besonderheit an sich, dass sie sich ausbreiten über verschiedene Ansteckungsmechanismen. Da kann man etwas einatmen, man kann etwas anfassen und dadurch, dass man sich die Finger nicht gewaschen hat, kommt das eben in Verdauungstrakt und so weiter und so weiter. Und insofern können epidemische Lagen entstehen. Schließlich der Begriff Pandemie bedeutet, dass sich eine Epidemie pandemisch global ausbreitet auf die ganze Erde und die ganze Erde in einer gewissen Herausforderung ist, mit dem und jenem Mikroorganismus umzugehen. Auch das hat einen großen ansteckenden Charakter. Also die Ansteckung bei Infektionskrankheiten ist immer etwas, wo sich dann Infekte verbreiten. Und natürlich, um es auch wieder vereinfacht zu sagen, brauchen diese Mikroorganismen Nahrung oder sie brauchen Wirte, Zwischenwirte, wie wir auch sagen in der Medizin, um ihrem Stoffwechsel Rechnung zu tragen, also um ihrem Stoffwechsel zu genügen. Aber was das Wesentliche ist, dass ein Ausgleich entsteht. Das heißt also, eine Infektionslage unter Kontrolle kommt, unter normale biologische Kontrolle kommt, Stichwort Immunsystem, oder eben auch unter eine künstliche Kontrolle kommt, Das heißt also Entwicklung eines Impfstoffes, Entwicklung von Medikamenten, Isolation und sonstige Maßnahmen, vor allem Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln, wie wir sie jetzt bei Corona haben, also diese Aha-Regeln, Vorsichtsregeln, keine großen Kontakte, Kontaktbeschränkungen in der Möglichkeit und all das, all die Möglichkeit. Und das ist etwas, was in der Menschheit eigentlich latent schon einige Zeit bekannt ist, aber erst im Verlauf des Ende des 19. Jahrhunderts immer stärker wurde, wo man dann tatsächlich gesehen hat, es sind die und die Mikroorganismen, die problematisch werden können. Und dafür haben wir dann Möglichkeiten, Stoffe einzusetzen, Populationen zu begrenzen, Menschen zu isolieren und andere Maßnahmen, andere medizinische Maßnahmen, dankenswerterweise entwickelt in der Medizin, in der jeweiligen Gegenwartsmedizin, um damit umzugehen. Um jetzt auf den Punkt zu kommen, ich sage ja, der Titel ist ja hier Infektionskrankheiten, Infekt, Epidemie, Pandemie und Doppelpunkt und dann heißt es, hier geht's lang. Und hier geht's lang bedeutet, dass uns eine Epidemie, dass uns ein Infekt und dann schon erst recht natürlich eine Pandemie anzeigen, dass etwas in einer Einseitigkeit entwickelt wurde, dass eine einseitige Expansion stattgefunden hat, also meinetwegen eine Überpopulation ist, das sehen wir ganz schön im Tierreich, da gibt es schöne Beobachtungen. Ich habe mal so einen sehr beeindruckenden Dokumentarfilm gesehen über Hasen oder über Kaninchen. Und Kaninchen haben die Eigenheit an sich, wenn die Bedingungen einigermaßen gut sind, dass sie sich sehr stark vermehren, also eine starke Population haben und dass diese Vermehrung dann irgendwann mal eine Grenze kommt in der Art, dass diese Population der Kaninchen von allen möglichen Mikroben anheimgefallen wird und diese Mikroben letztendlich diese Population ganz entscheidend reduzieren, sodass es sich biologisch wieder ausbalanciert und dass zu viel an Populationen, weil die können ja nicht alle Futter haben oder es kann nicht nur auf der ganzen Welt Kaninchen geben oder in dem Land oder in dieser Geografie, geografischen Breite Kaninchen geben, dadurch wieder relativiert wird. Das heißt, ein großes, muss man so zu sagen, ein großes Thema bei Infektionskrankheiten, die sich dann pandemisch auch ausbreiten können, ist im Grunde genommen eine Art von Selektion. Ich weiß, das ist ein heißer Ausdruck jetzt gerade bei der Corona-Pandemie, aber es ist durchaus ein ganz klarer Hinweis darauf, dass etwas zu einseitig geworden ist in der jeweiligen Population oder unter den Umständen, unter denen eine Population lebt. Ich möchte jetzt nicht weiter differenzieren, sondern nur sagen, das ist also ein ganz entscheidendes Maß, dass etwas im menschlichen Verhalten zu einseitig geworden ist und insofern die Immunabwehr dann auch überfordert sein kann und es dann eben in dem einen oder anderen Fall sehr problematisch werden kann. Das ist also etwas ganz Wesentliches, was grundsätzlich zu bedenken ist. Nun wissen die armen Kaninchen nicht, um wieder auf die Kaninchen zu kommen, dass sie sich dann so freudig weitervermehrt haben und all das so geschieht. Und das können wir natürlich nicht übertragen auf die Menschheit, von der wir jetzt sagen, es wäre ja wirklich absolut ketzerisch und auch vielleicht am Rande des Verbrecherischen zu sagen, es gibt zu viele Menschen auf der Erde. Das kann man nicht sagen. Das wäre natürlich dann sehr einseitig. Aber die Bedingungen, unter denen sich eine Menschheit ausbreitet, sind immer wieder sehr unterschiedlich und neigen natürlich dazu, Stichwort anthropogene Veränderungen in der Biosphäre. Diesen Begriff habe ich auch schon mehrmals gebracht, wenn mir hier so ein bisschen folgt oder näher folgt. Und das heißt, dass die menschlichen Eingriffe so stark stattgefunden haben, dass mittlerweile ein Ungleichgewicht besteht in der Biosphäre, also bei sämtlichen lebenden Organismen auf der Erde zugunsten oder zugunsten der Menschheit, aber zugunsten der Krankheiten, die daraus dann entstehen können. Das heißt, bei Infektionen ist es grundsätzlich wesentlich, darauf zu achten, dass in dem Umfeld der Populationen, die Infekte entwickeln und hier eben diese kardinalen Infekte, also diese sehr übertragbaren, schnell übertragbaren Infekte, haben etwas grundsätzlich nicht stimmt. Und da der Eingriff notwendig ist, im Sinne eines Ausgleichs. Und Ausgleich bedeutet, dass mein Bewusstsein, dass meine Erkenntnisfähigkeit so angelegt sein sollte, und das gilt für die Menschheit oder für Menschen, die betroffenen Menschen, oder für die betroffene Medikalisierung, die Medizin, die damit umgeht, Biologie und so weiter, Virologie, Immunologie, Epidemiologie, dass man berücksichtigt, wie kann sich etwas unter welchen Umständen verbreiten und wie ist es eben regulierbar unter diesen Balancebedingungen oder Ausgleichsbedingungen, die man erkannt hat, die man einsetzt und die natürlich dann in dem Sinne eine Prävention darstellen vor schrecklichsten Infektionskrankheiten, die es gibt. Das ist eine ganz kardinale Frage, die vielleicht auch jetzt gerade gegenwärtig in der Pandemie-Diskussion sehr zu sehr außer Acht gelassen wird, vor allem eben auch medienmäßig außer Acht gelassen wird. Es wird viel zu sehr fixiert auf eine Einseitigkeit, natürlich in der guten Absicht, um Schaden nicht weiter entstehen zu lassen, das ist ganz klar, ist ja schon eine heere Absicht und okay, aber wir müssen das globaler denken, das will ich damit sagen. Um es ganz profan zu machen noch und greifbar zu machen anhand von Beispielen, wenn ich mir die Hände niemals wasche, wenn ich dreckig bin, wenn ich mir nach dem Toilettengang den Hintern nicht putze, wenn ich unsauber bin, wenn ich dreckiges Wasser trinke, was Gott sei Dank in Deutschland in den Wasserleitungen nicht üblich ist oder auch sehr selten der Fall ist und die Geschichte der Menschheit kennt genügend Ereignisse, die eben in diesen Einseitigkeiten dann zu krassen Cholera-Epidemien geführt haben, sonstigen Infekten geführt haben, Pest, auch die Historie der Pest ist sehr interessant, durch eine Verschattung der Atmosphäre, durch Vulkanausbrüche, eigentlich in weit entfernten Kontinent, wie jetzt Mittelamerika und Mittelamerika war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht entdeckt und das hat eben zu einer Klimaveränderung geführt, die relativ krass global eingesetzt hat und dadurch sind dann Ratten von Afrika nach Europa gekommen und auf den Ratten waren dann Rattenflöhe, die diese Infekte, die Pastorella-Pestis in sich trugen oder auf die Flöhe, diese Pest-Pazillen auf sich trugen und dann entsprechend übertragen konnten aufgrund der jeweiligen hygienischen Bedingungen, die man zu der damaligen Zeit hatte. Also wenig hygienische Bedingungen, natürlich keine Kanalisation, starke Zusammenballung von Populationen in Städten, in damaligen Städten, also wo Menschen sehr dicht miteinander gelebt haben und sich dann so eine Krankheit wie die Pest schlagartig ausbreiten konnte, natürlich große Opfer in den damaligen Populationen gefunden hat. Das ist sehr interessant zu sehen und sich immer wieder vor Augen zu führen, um einen Vergleich zu haben, was passiert, wenn sich eigentlich vormals regulierende Lebensbedingungen verselbstständigen oder vereinseitigen und dann eben zu krassen Infektionsausbrüchen und damit eben so gut wie Pandemien oder großen Epidemien führen. Das ist sehr interessant. Das heißt, zu viel Hygiene, das hatten wir zum Beispiel bei Polio, das haben wir bei Polio, das ist sehr interessant. Der Poliovirus ist ein Enterovirus, der konnte sich ausbreiten, das ist ein Virus, der mit dem Verdauungssystem einhergeht, der konnte sich deswegen ausbreiten, weil man zu sauber gewesen ist, weil man alles praktisch fast in einer Art schon von Waren sauber gemacht hat und die Kinder unter saubersten Bedingungen versucht hat aufzuziehen, was dazu geführt hat, dass sie keine Enteroviren bilden konnten oder entsprechend das Immunsystem nicht in der Lage war, mit der gewissen Unsauberkeit, unter der Menschen auch aufwachsen müssen, wir müssen unter gewissen unsauberen und dreckigen Bedingungen aufwachsen und können nicht alles überhygienisieren und brauchen das tatsächlich, um so eine Infektionskrankheit wie Polio nicht zu bekommen. Dann hat man das sehr schnell festgestellt und gesehen, ja, es gibt zu viel Hygiene oder auf der anderen Seite, im anderen Maß, zu wenig Hygiene. Also diese Balance ist gar nicht so einfach und die braucht einen gewissen Beobachtungszeitraum oder auch Kontrollzeitraum und damit einen Untersuchungszeitraum, um zu sehen, was war hier zu viel und was war zu wenig, was hat gefehlt, was hätte anders sein können unter diesen starken globalen Systembedingungen. Also global, hier nochmal Mikroorganismus gegen Makroorganismus, wenn ich das jetzt vergleiche, also Mensch oder Tiere, Tierpopulation, Menschpopulation versus eben Mikropopulation, also Bakterien und Virien und Viren. Und deswegen hier, so dieser Ausdruck, hier geht es entlang, genau hinzuschauen, was ist hier zu stark geworden, was ist dagegen zu schwach oder was ist zu einseitig geworden in Lebensbedingungen, in bestimmten Lebensbedingungen. Und um es nochmal zu sagen, wir können nicht sagen, nur Hygiene hat es gemacht bei der Menschheit. Oder eben das Gegenteil, nur Dreck macht es. Es ist beides nicht, sondern es ist tatsächlich immer wieder, dass sich damit auseinandersetzen, wo entsteht dann die Balance eines einigermaßen gesunden, ausgewogenen Mikro- und Makro-Systems, das miteinander existieren kann. Und insofern hat es natürlich auch immer wieder große Seuchen gegeben. Und ich habe mich schon vor einigen Jahren, weiß noch, wie man das so in den Sinn kam, gefragt, ja, wieso sind wir eigentlich so sicher, dass wir keine großen Seuchen mehr bekommen, keine problematischen Seuchen. Das ist doch eine Illusion. Und da habe ich dann letztendlich recht behalten, jetzt meinetwegen mit so etwas wie einer Corona-Pandemie, bei der sicherlich wir nicht abschließend und überhaupt noch nicht abschließend sagen können, warum sie so ist oder weshalb sie so ist. Aber es sind interessante Bedingungen, die da entstehen bei so einer Pandemie, die natürlich immer darauf hinweisen, darauf kommt es hier an, hier geht es lang. Oder das waren die Bedingungen oder das waren die Zeiten, in denen etwas existierte, sodass ein Coronavirus dann sich verbreiten konnte. Egal, woher er kommt, ob er jetzt wirklich eine Zoonose ist und von Fledermäusen oder anderen Tieren kamen. Und Zoonosen haben natürlich immer die Eigenart an sich, von Tieren auf Menschen zu übertragen. Das heißt also Tierkrankheiten, die vielleicht für die Tiere auch gar nicht so schlimm sind, aber für den Menschen sehr wohl schlimm sind, wenn er nämlich die Tiere isst und wenn er sie roh isst oder mit ihnen ganz eng zusammen isst. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, was ist eben für eine Population bekömmlich, welche Berührung, welche Auseinandersetzung, welches Miteinandersein und welche nicht. Wir hatten, um hier noch ein Beispiel zu bringen, bei der Entdeckung Amerikas immer wieder auch das Problem, dass Indianer, also große, ganz viele, ganz viele Menschen unter der indigenen Bevölkerung Amerikas gestorben sind, krank geworden sind unter harmlosesten Infektionskrankheiten, die wir also in Europa als harmlos, zu dem Zeitpunkt als harmlos deklariert haben, von denen wir wussten, sie sind eigentlich nicht schlimm, aber für diese Population waren sie überhaupt nicht erträglich, sodass diese Menschen wirklich zu einem guten Teil sehr zugrunde gegangen sind. Das müssen wir uns vor Augen führen. Das heißt also, die Berührung um jeden Fall oder das Eindringen einer Population in eine andere Population durchaus immer wieder sehr problematisch werden kann. Und das heißt ja nicht, dass, wenn wir eine Pandemie haben, wir daraus schließen können, ja, Pandemie bedeutet einfach schwierige Infektionskrankheit, die sich rasch ausbreiten kann über die ganze Erde. Das ist ein Infekt, das ist ein Infekt der Globalisierung im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir schränken die Globalisierung ein, den Austausch ein. Das hat aber natürlich etwas damit zu tun, also darauf zu achten, wie schnell kann sich etwas verbreiten, unter welchen Bedingungen und, ja, unter welchen Zusammenlebensbedingungen. Das ist ja der entscheidende Punkt. Also wie leben wir alle miteinander zusammen, sodass ein einigermaßen Ausgleich entsteht. Und insofern sind das Indikatoren, das möchte ich abschließend sagen, die darauf hinweisen, Achtung, hier ist hinzuschauen und nicht von vornherein zu sagen, naja, wir können dem begegnen und nochmal begegnen. Dann ist morgen und übermorgen wieder ein anderer Antigen-Schiff da, dann hat sich der Virus oder verschiedene Viren wiederum verändert und es sind neue Populationen dazugekommen. Das wird ständig der Fall sein. Die eigentliche Herausforderung ist die Balance. Ist es sich tatsächlich immer wieder auseinandersetzen mit dem, was ist hier zu einseitig geworden? Was ist eventuell zu einseitig? Und so können wir das eben in seiner Einseitigkeit regulieren. Das ist immer wieder eine interessante Herausforderung, wissenschaftliche Herausforderung, als auch eine Denkherausforderung, sich damit auseinanderzusetzen. Insofern hier mal so ein paar Gedanken zu dem Thema Infektionskrankheiten, Infekt, Epidemie, Pandemie oder hier geht's lang.